Auch nie, ich hab mit Animes auch nie was anfangen können. Ich hab viele, die das nicht können, aber auch viele, die das echt gut können. Die sich auch gerne Inspiration da erholen. Und von, ey Lightning, du bist doch hier so der Experte. Nein! Sterben da Lightning? Ja. Da Adi hat die Vorahnung. Habt ihr 10 Community, wenn ihr was wollt, fragt ein Adi, da Adi weiß ich einfach. Ganz alles easy, alles easy Community. Sooo. Wanns ich jetzt, pass auf. Alter. Was, zau mal, die Verzauberung. Schärfe 5. Was? Schärfe 5? Wie hast du das denn auf Schärfe 5 bekommen? Mit Level 30 Verzauberung. Instant? Auf Level 5? Nee. Ja. Warum hast du Instant Share für 5 bekommen? Da hab ich jetzt richtig drauf gefarmt, ey. Alle, der Schmert zerstört komplett. Hahaha. Natürlich auch so zu, dass du die auf Private gemacht hast. Ja, natürlich. Aber Lightning kommt trotzdem rein, weil der Lightning Cheater ist. Nein, das hat damit nichts zu tun. Das ist ein Community-Projekt. Hast du nicht das IP von Kev? Creeper. Ah, da bewusste mich. Aber Verzauberung ist nur der, der dafür bezahlt. Hahaha. Hahaha. Wo ist eigentlich, äh... Wollte ich immer fragen. Rind, 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 rind. Haben wir eigentlich jetzt Kühe in der Stadt? Ich weiß immer noch nicht. Ist doch scheißegal, ob wir jetzt Kühe haben oder nicht. Ich werde mich jetzt erstmal um meinen Haupteingang kümmern. Warum sind die überall Creeper? Küss dich, Creeper. Oh, armer Creeper. Ja, genau. Ja, ja, mach, guck mal. Es explodiert einfach hier vor meiner Nase. Stück Scheiße. Mhm. So. Bräuchte Dirt. Ich will in dieser Folge gerne fertig werden. Ich weiß aber echt nicht, ob ich das packe. Ich denke eher nicht. Ist ja nicht schlimm. Ist die Frage, mag ich das... Mag ich das so oder mag ich das anders? So, hier wollte ich die ja eh abtrennen, damit es hier abwärts geht. BVP Junkie ist am Start. Boah. Boah. Ah, knapp gewesen. Boah. 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 wir haben die für die Frist Parade schon bekommen bei diesen müssen Stimmel das hat gleich und ich bin mit Tata so wird sie damit ganz gut aus und meine Steine Kuhle 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 all was düdelt mir da die Ohren voll das ist Klinik das ist Wunder das keine Ahnung jetzt ist ja diese Animischie die Feichel überhaupt nicht so die Frage machen wir hier Spitzhacke Spitzhacke Holz bei euch auch noch warte mal so machen wir das hier so und so naja auf einmal unterschiedlich das Holz ist ja total bescheuert kann ich bei der Dachverbauung benutzen eventuell so dann kann ich nämlich hierzu tackern und hierzu tackern das ist die Frage ob ich das hier ebenfalls mache alter meine Nachbarn die sind gerade richtig am ausrasten jetzt sind sie doch auch nur am streiten kann das sein gut den würde ich das auch richtig geben manchmal bin ich auch muss ich ehrlich gesagt auch am überlegen ob das meine Eltern sind oder meine Nachbarn die sich da kloppen weil meine Eltern konnten das früher auch ganz gut die können das jetzt auch ganz gut ehrlich zu sein das gehört auch überall dazu würde ich sagen oder ja dass man sich mal streitet weil die schreiben meine Katzen an kann auch sein ich wollte das auch nicht halten ich wollte das auch nicht halten die sind wirklich direkt vom chinesischen Kocher die Drecksviecher wie war das letztens mit dem Quieken bei mir kannst du mich noch daran erinnern ALTER die hätten wir auch direkt zum Schlachter bringen können die Viecher das war belastender Content wie der ausgerastet ist Böser Adi du hast voll den Rage Anfall bekommen bei dem schon es war auch ziemlich laut aber sehr belastend es war wirklich super laut aber ich fand es eigentlich ganz ich bin das gewohnt ich bin sowas eigentlich gut gewohnt äh so oh wie soll ich das denn machen ey war richtig abgehoben oh man jetzt kommt das Schlimmste was man machen kann ey was denn? Holzfangen ich hasse das ich hab gerade Tonnenweils Holzgefund deshalb weiß ich wie beschissen das ist oh man jetzt muss ich aber wirklich ein bisschen mehr reden denn jetzt haben wir auch oh ich bin irgendwie nicht mit Elan gerade in der Folge dabei ich weiß nicht warum das ist eigentlich nichts mit Elan zu tun das ist dieser Baumodus wenn du dich aufs Bauen konzentrierst ich kenne das auch dann das ist übel ja ein bisschen echt ist hier ein Fenster oh hier ist ein Fenster du konzentrierst dich dann einfach übel aufs Bauen und dann ist die Art dann lecker und was? man konzentriert sich dann übel aufs Bauen und dann ist einem alles andere egal das ist echt so so das kann ich schon mal so machen ah das Japsen schreit mir in der Runde das geht mir ja schon auf dem Sack ich mag das total gerne ja ich ich sag ja auch nix und ich versteh dich schon aber wie man jetzt also für mich ist das ja gar nix ne ich hör sowas Tag und Nacht Animes euch zu beleidigungsgeld oh Gott stirb alleine auch nie ich hab mit Animes auch nie was anfangen können ich hab viele die das nicht können aber auch viele die das echt gut können die sich auch gerne Inspirationen da erholen und von hey Lightning du bist doch hier so der Experte NEIN sterbender Lightning? ja da Adi hat die Vorordnung habt ihr zu der Community wenn ihr was wollt fragt den Adi da die Weißer einfach ganz alles easy alles easy Community fragt einfach mich oh mein Gott nein wie ich auch gestorben bin das sah zu geil aus Pre-Intro ohne Schatz warte mal ich mach mir mein Themenchat damit ich weiß da ist Pre-Intro weißt du ein bisschen weiter zurück skippen und dann ist da Pre-Intro das war zu geil Alter brinde Zombie ich brenne 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 das sind die die sind super die sind aber super nett also die sind echt super nett die diskutieren immer so lautstark noch nicht mal weil sie sich streiten sondern einfach keine ahnung die diskutieren über Gott und die Welt und wie gesagt manchmal bin ich auch am überlegen wer es ist etwa sind es meine Eltern Herr Buden nebenan oder ähm die ich bin genau mittig von beiden hm sich belastend ja das geht eigentlich ich hab damit eigentlich kein Problem und in den Aufnahmen hört man das echt mini mini minimal ich hatte das mal das ähm in einer Aufnahme oder in zwei glaub ich ähm da hab ich aufgenommen und ähm ich hab ja dem mal erzählt ich hab immer den Schlüssel an der Tür stecken mhm und äh das sind meine Eltern ja auch damit man einfach mal rein kann und dann kam ähm meine Schwester zu Besuch meine Eltern direkt rüber gerusht weil ich sehen wollten ähm ob ich da bin und die kamen dann zusammen rüber gerusht und sind voll hier rein gerusht boah ey das hasse ich ja die kommen täglich mal ab und dann mal rüber Drunkie ich morgens ich geh morgens immer morgens immer zum Kaffeetrinken rüber immer ich hab so ne Kaffeemaschine aber du wo bist du grad Lightning? äh unten an meiner Todesstelle und lauf hier über Bäume wie so ein Gescheher und frag mich gerade warum weil wenn du sagst du hast tonn weiß Holz gefahren dann kannst du was abdrücken vergiss es du bist ein Stück Scheiße ich komm selber mit dem Holz nicht klar du weißt ich kann dich töten ich hab ein gutes Schwert du weißt ich kann mich healen ja und trotzdem auf der hausse kann ich scheiße zwei Hitze du bist down ne mit meinem Sword schon ich mach die ganze Zeit Spam die ganze Zeit slash heal kannst du das nur alle 500 Sekunden aus der Lightning wird Cheater-Modus aktiviert dann natürlich weiß ich nicht ob der Lightning den Cheater-Modus aktiviert hat natürlich hat er einen Cheater-Modus aktiviert ich denke nein wir haben schon wieder gekländet achso das ist diesmal Nagisa was? das ist Nagisa ja ja Hiroshima und Nagasaki ja das war gar nicht mal so schlecht ausgeschwungen gerade das Nagasaki ja hier der Adi landet der Adi landet nämlich noch was ja abkommene Adi ne lernfake Adi oder so oh mein Gott ich hab grad voll die Idee für ne Treppe oh ja man aber die mach ich nicht aus dem Holz sondern aus dem anderen oh mein Gott und ich bin so uninspiriert gerade das ist unfassbar die mach ich aus dem Holz ne das geht da nicht oh ich bin so ein Untermensch jetzt ich das mal gucken wie ich das mache ja doch das geht mach ich das so mach ich das so mach ich das so mach ich das oh ein Stück Scheiße überhaupt so und dann machen wir das so jetzt muss ich aber hier die Scheibenfond leider wegreißen bisschen oh nö gibt's jetzt nicht bisschen Scheiße da kann ich nichts machen dabei das kann ich so lassen dann kann ich hier auch ne Scheibe wieder hinsetzen dann mach ich hier mach ich dann Steine hin und dann mach ich das so was ich persönlich nicht so schön finde oder ich mach das so was genau so beschissen aussieht puh schwierige Entscheidung das ist echt schwierig äh ich lass es einfach so egal und da kommt der liebe KSC Beats auch ins Spiel so uuuuuhuhu uuuuuhu muuuuhu aus welchem Material mache ich dann die Stufen ja Stonebricks oder?! Würde ich behaupten. Oh ja, ich mach die aus dem Material. Ich hab schon... Ich hab da schon mein Material gerade gefunden für... Ähm... Oh, Untermensch. So... Zwölf Stück noch. Patsch, Patsch. Patsch, Patsch, Patsch. Patsch... Und die Kiste ist irgendwie ein bisschen fail. Alter, da waren zu viele Steine drin. Ist meine Schaufel kaputt, ich fass es ja nicht, ey. Ernsthaft? Ernsthaft? Das ist dein Problem. Nicht dein, meins. Hier kann man doch irgendwie was hinmachen. Oder ich mach das hier zu. Aber das zu ist scheiße. Kann ich hier so eine Harry Potter Abstellkammer sein. So ein Gästebett am besten. Ja man, ein Gästebett. Das wäre da was. Kann ich das hier sogar wegmachen. Oh ja. Jackpot. Kann ich hier so eine Gästekammer hinmachen. So eine Harry Potter Kammer. Belastende. Warum? Du sollst einfach nur mal erwähnt haben. Ich find das nett. Wenn man so in der Kammer eingesperrt wird. So, mein Haus nimmt endlich Gestalt an. Lange gedauert muss ich dazu sagen. Dann muss ich ja auch nochmal hier. Eben. Zack. Das ist die Frage. Eins, zwei, drei, vier. Kann aber noch einiges an Glas geplantet werden. Dann kann ich das ja wirklich noch abbauen. Ist ja voll genial. live bei mir. Laufender Lightning. Laufender Lightning. Oder wie auch immer. Wie weit denn? So. So musst du dahin holen. Kann das sein? Ach bans. Ich hoffe ich hab genug Glas ey. Wer hab ich. Wer hab ich. Oh mein Gott. Ich weiß gerade echt nicht. Was ich hier mache. Liebe Zuschauer. frag mich das auch bitte erst später. Denn. Irgendwas mache ich hier. Nur was. Keine Ahnung. Unwissender Lightning. Ah. So ein bisschen. Ach. Was mach ich denn da. Ist doch Holz. So. Das sieht doch. Fabelhaft aus. Sag mir nicht. Ich hab kein Holz mehr. Ja. Ja.